So, herzlich willkommen zurück zu Morrowind. Die Folge wird immer ein bisschen anders werden. Mal jetzt plötzlich mal die Karte wieder richtig rücken. Wir sind bei Morrowind unserem Haus und die Folge geht es quasi ein bisschen darum, ein paar Sachen vorweg zu greifen und ein paar Sachen noch zu erklären, was ich danach aber wahrscheinlich nie mehr benutzen werde. Und bevor wir jetzt die Hauptmission quasi in der nächsten Episode anfangen, also jetzt weitermachen, wir haben ja schon zwei, drei, vier Missionen gemacht oder sowas, aber wo wir jetzt richtig einsteigen in die Hauptmission, weil wir ja mit dem einzelnen anderen Nebenquest quasi durch sind, jedenfalls für meinen Geschmack her, wollte ich ein paar Sachen noch mit euch vorher erklären. Erstens wird es einen Erfolg geben, was ist Alchemie? Wie macht man das? Wie benutzt man das? Was kann man damit machen? Zweitens, Bodenschütze. Also ich habe jetzt mir einen Boden rausgesucht, Armbrust, was ihr wollt. Wie funktioniert das? Drittens, Verzauberung. Da werde ich euch zeigen, wo ist die Meistertrainerin bei der Verzauberung? Was müsst ihr damit tun bei ihr? Weil es nicht so einfach ist. Und vor allem, wenn man es nicht weiß, logischerweise. Und viertens quasi, was habe ich jetzt alles verzaubert? Weil wir sind jetzt quasi erstmal so weit durch. Wir kriegen zwar noch Gier in der Hauptmission, wo wir noch was ersetzen können, hey, aber wir sind quasi jetzt schon mit dem, was wir verzaubern wollen, bis wir dann wirklich vielleicht noch was Neues kriegen, durch. Ich glaube, das war's. Fangen wir mal mit dem Eifersten an. Alchemie habe ich von vorher noch nie benutzt gehabt. Ist ganz einfach. Ihr braucht diese vier Dinger. Ja, beim Alchemie Lehrer, wo ich mich dann auch auf 100 hochgepumpt habe. Das ist, glaube ich, eine Lehrerin. Müsste ich nochmal nachkunden, wo die genau war oder so. Ich glaube, dafür brauchte, nee, für Beschwörung brauchte ich den Tempel. Also für Beschwörung müsst ihr beim Tempel relativ hoch sein. Ihr müsst nicht Patriarch sein, sondern ihr müsst relativ hoch sein, damit ihr Beschwörung 100% machen könnt. Oder beziehungsweise auf 100% hoch trainieren könnt. Alchemie ist random. Also es ist irgendeine Type sozusagen, die nicht Clan angehörig ist. Und bei der könnt ihr halt diesen Ofen, Destillierkolben, die Retorte und den Mörser und Stösel halt in Großmeisterform kaufen. Je nachdem, wenn ihr Alchemie betreibt, welche Form ihr davon habt. Also habt ihr alle, habt ihr nur eine Sache davon, habt ihr alle vier Sachen davon in Geselle oder Lehrling oder Meister oder Großmeister. Umso besser wird euer Trank. Also am besten alle vier einen Großmeister haben und könnt ihr das besten Tränke brauen. Dann nehmt ihr euch diese Dinger, wendet die an und habt alle drei hier drinnen. So, habt ihr jetzt zum Beispiel den Ofen, nee, achso, habt ihr nur drei hier drinnen. Dann wird der Trank ein bisschen schlechter von der Idee her. So, wir nehmen ihn aber wieder mit. Nehmen den Mörser, hauen ihn bei uns ran. Ist eigentlich scheißegal, ihr könnt auch den Ofen, glaube ich, ranhauen. Ist egal, was ihr da nehmt. So, glaube ich, meine Sachen. Das ist mir auch kein Profi da drin. Dann braucht ihr Kräuter. Ne, die Dinger, die wir gesammelt haben. Ich kann es euch nochmal zeigen, ganz kurz. Die ganzen Zeug. Ne, alles, was wir mal einmal bekommen haben, sozusagen, alles mal sammeln. Da könnt ihr jetzt gucken, wenn ihr Alchemie auf mindestens 60 Punkte habt, könnt ihr alle vier Fähigkeiten, sollte eine Sache vier Fähigkeiten haben. Oder einen Gegenstand hier oder sowas, wie zum Beispiel der Rubin. Könnt ihr sehen, was alle vier Fähigkeiten machen. Zum Beispiel beim Rubin jetzt Lebensenergie entziehen, Feder, Attribute wiederherstellen, Intelligenz oder Attribut entziehen, Geschädlichkeit. So, bei anderen, wie zum Beispiel das Korpusfleisch, da gibt es nur drei. Das heißt, bei 45 Alchemie würdet ihr schon alle drei sehen. Zum Beispiel. So, jetzt habt ihr die ganzen Dinge. Das ist übrigens auch scheiße egal, wo ihr das macht. Und jetzt haut ihr das rein. Jetzt könnt ihr bis zu vier Zutaten reinknallen. Umso mehr ihr reinknallt, umso besser ist quasi dann der Trank. Aber, wenn ihr einen Trank brauen wollt, dann werden für alle Zutaten, die ihr reinmacht, werden alle übereinstimmenden Zutaten dann auch im Trank sein. Ich nehme euch mal ein Beispiel. Wir wollen jetzt einfach mal einen Lebenspunte-Trank brauen, der euch quasi Lebenspunte wiederherstellt. Das heißt, ich habe mir jetzt ausgesucht. Ihr seht übrigens auch fünf, komme ich gleich dazu. Wir haben jetzt ausgesucht. Wir haben jetzt Dochtweizen. Ist gleich die erste Fähigkeit, Lebenspunte wiederherstellen. Kortwurzel. Eine super Fähigkeit, weil die nur positive Sachen hat. Komme ich mal gleich zu. Dann Sumpfblume, auch Lebenspunte wiederherstellen und ein Smaragd. So, ist jetzt nicht der dünstigste Trank, allein durch das Smaragd, das hat 150 Wert, drauf geschissen. Und ihr seht schon, wenn ich schon zwei rein knalle, übereinstimmend ist Lebenspunte wiederherstellen. Ja, das können wir auch gleich mal ausprobieren, wenn wir nur zwei rein machen. Äh, ich wollte euch nicht speichern. Ach, drauf geschissen. So, speichernbar. Dann machen wir einfach mal zwei rein. Ihr müsst nicht mal reinziehen, das wird auch so gemacht. Jetzt haben wir nur zwei drin. Stellen den Trank her. Hier unten hätten wir noch sagen können, wie viele, aber da wir nur so wenig Zutaten haben, ja, was willst du machen? Ne? Das hat ein magischer Effekt. Guck mal, also, Jungs, ich bin kein Profi in Alchemie. Ich will es euch nur, die, 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 die Basics sozusagen zeigen. Äh, wo haben wir ihn? Das muss ein einzelner Trank sein. Da ist er. Lebenspunte wiederherstellen. 17 Punkte für 41 Sekunden. Okay. Super. Das Ding ist jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel, mal zum Beispiel, äh, schmeißen wir nochmal zwei von den Dingern raus. Na, also, wir haben jetzt nur noch, äh, einen Mörser und einen Destillierkolben. Wir machen jetzt wieder zwei Sachen rein. Wieder Lebenspunte wiederherstellen. Zack. Dann kriegen wir einen zweiten Trank. Der macht schon weniger. Der hat nur noch zwölf Punkte Lebenspunte herstellen für 36 Sekunden. Ne? Ja, ihr seht schon, weniger. Ist, ist schwerer und weniger. Quasi. Na, so, jetzt laden wir mal den ganzen Bumsi wieder. So, also machen wir es mit allen vier Sachen drinne. Dann machen wir mal vier, ähm, Rezepturen rein. Gucken wir mal, ob das irgendwas bringt. Also jetzt nochmal viermal Lebenspunte herstellen, wieder drin gehabt. Und es ist dasselbe. Also, es kommt darauf an, ihr braucht also quasi, so wie ich jetzt sehe, wenn ihr nur eine Sache machen wollt, wie zum Beispiel Lebenspunte wiederherstellen, dann braucht ihr nur zwei Zutaten, die Lebenspunte wiederherstellen haben. Und sonst übrigens nichts gemeinsam haben am besten. Oder etwas anderes gemeinsam haben. Klar. Äh, was positiv ist für euch. Ähm, und ihr braucht vor allen Dingen die ganzen Dinger der Großmeister. Alle vier Stück im Inventar. Dann könnt ihr euch quasi, in Anführungsstrichen, die besten Tränke brauchen. So, was passiert denn, wenn wir zum Beispiel die Korpustränen nehmen, die haben Attribute entziehen, Willenskraft und Ausdauer entziehen, aber auch Lebenspunkte. Und wir kombinieren das mit der Sumpfblume. Hat auch Lebenspunkte, hat aber auch Attribute entziehen, Willenskraft und auch Ausdauer entziehen. Dann kriegt ihr einen Trank, der halt auch beides hat. Ne, wenn ihr jetzt noch mehr dazu macht, dann kriegen wir jetzt nur noch Glück dazu, weil irgendwie zwei Sachen Glück haben. Nämlich die Korkwürzel hat Festinen Glück und Torbustränen hat Festinen Glück. Zum Beispiel. Jetzt tun wir noch gucken, können wir das nochmal irgendwie kombinieren? Ne. Das heißt, wir kriegen jetzt einen Trank, der jetzt vier Fähigkeiten hätte, theoretisch. Genau. Da haben wir ihn. Komm. Festinen Glück, 65 Punkte für drei Minuten. Ja, moin. So. Aber ihr seht auch hier wieder, wir haben vier Sachen reingemacht und haben trotzdem nur 17 Lebenspunkte a 41 Sekunden. Wie diese Formel dahinter ist, kein Plan. Ne. Aber von der Idee her wisst ihr, was los ist. Also die Dinger müssen quasi das selber haben. Lebenspunkte, äh, zum Beispiel Lebenspunkte regenerieren. und am besten nichts anderes, was nicht positiv ist, auch gleich haben. Ansonsten trebt ihr das in den Trank mit rein. So. Das zu dem Thema. Toi. Jetzt muss ich, deswegen wollte ich nämlich nicht speichern, weil ich die ganzen Bums hier wieder hingehen muss. Ah, scheiß drauf. Irgendwie irgendwo hin. So. Das hauen wir mal alles weg. Das war jetzt der Alchemie-Lehrer. Quasi. Der Turze. Ohne Schießen. Also beim Bohnenschießen. Ganz wichtig. Achso, ich kann es euch mal. Ich muss noch was mitnehmen. Unseren Detra-Boden. Mal mit unseren einzigen Detra-Fall, den wir haben. So. So. Hier müsste eigentlich immer ein Klippenläufer sein. Ja, nicht hier. Ist da doch schon. Sehr schön. Also, Bohnenschießen. Eine Sache, wo ich am Anfang, ich habe es ja trotzdem mal ausprobiert, wo ich es, ähm, also hier ist quasi vor der Aufnahme, wo ich dachte, es funktioniert nicht. Und zwar, wenn ihr einen Detra-Boden zum Beispiel anzieht, total cool, müsst ihr aber noch Pfeile anziehen, ansonsten sagt sich der Spiel, was wollt ihr ihm verschießen. Wenn ihr jetzt, Stahlpfeile nehmt, ja, also ihr müsst ihr einfach in euren Charakter reinziehen und ihr rüstet den Detra-Boden aus. Funktioniert es. Warum hat es vorne nicht funktioniert? Kein Plan, warum es vorne nicht funktioniert hat. What the fuck? Hä? Okay, vorne hat es nicht funktioniert. Warte mal, ich muss mal eine Sache probieren. Wenn ich jetzt einen Stahlboden anziehe und den Detra-Pfeil reinknalle, funktioniert es trotzdem. Keine Ahnung, okay. Bei mir hat es vorne nicht funktioniert. Ich habe jetzt, deswegen habe ich mir nämlich extra diesen verfickten Stahlboden gekauft, oder Stahlangboden und diese blöden Stahlpfeile, weil ich hatte mir Eisenpfeile geholt und hatte die quasi mit dem Detra-Boden versucht zu spannen und das hat nicht funktioniert. Das ging nicht. Habe ich aber den Detra-Pfeil eingelegt, ging das wieder. Ein Plan. Also wenn das mal bei euch so ein Bug ist, es funktioniert auf jeden Fall, wenn ihr die gleiche Anzahl, also quasi das gleiche Level an Equipment habt. Wenn ihr also einen Detra-Boden mit einem Detra-Pfeil verschießt, funktioniert hundertprozentig. Wie gesagt, bei mir hat es vorn nicht geklappt. Deswegen habe ich mir ja extra diesen blöden Stahlzeuge geholt und mal durchprobiert, bis es dann irgendwann funktioniert hat. Fragt mich nicht, ansonsten ist es einfach nur linke Maustaste. So, dann, wie funktioniert es? Ich will jetzt vielleicht, ist ja auch scheißegal, ich lade eh. Nichts denn. Jetzt habe ich die Nöte, ja, ganz so. Nein. Wie bringt der eigentlich? Achso. Kommen wir später noch zu. So. Starten. Ne, warte mal. Wenn wir schon den Detra-Boden anziehen können, können wir. So, ansonsten, guck mal her. Ja, easy. Okay, ansonsten bestimmt dann, das war es eigentlich schon, ne? Euer Schützen-Stil, also quasi hinten werden wieder die Würfel gerollt, je nachdem wie hoch euer Still ist, ob ihr ein Treffer macht oder nicht. Also ähnlich wie bei einer Nachkampfwaffe, ihr schlagt tausendmal auf den Gegner drauf und die das am Anfang zum Beispiel, wisst ihr noch, da haben wir tausendmal auf einer Ratte draufgeschlagen oder zumal da, wo wir gestorben sind, immer noch schreckliches Ereignis, wo wir mit dem Kriegshammer, der stumpfen Waffe, nicht der Axt, der stumpfen Waffe, auf jemanden draufgedrescht haben und wir hatten stumpfen Waffen Stufe 5 von 100 und haben uns gefragt, weil ich hab mich gefragt, warum ich die ganze Zeit nicht treffe, kann ich sagen, weil ich Axt hatte ich irgendwie schon auf 15 oder 17 oder irgendwie sowas, ne? Und dachte mir so, kann ich wahr sein, musst du hier irgendwo mal treffen und hab aber nicht und bin dabei gestorben durch diesen scheiß Magier, der auch ordentlich Schaden gemacht hat, in der Anfangshöte übrigens bei sie daneben, also aufpassen bei der Höhle, ähm, ist genau dasselbe, da werden einfach nur Würfel gerollt und entweder trefft und macht dann Schaden oder nicht, ne? Beim Boden habt ihr halt einen Angriff zwischen 52, also kann komplett alles sein. Gut, das zu dem Thema. Das war eigentlich nur Bodenschütze. Ist eigentlich, das war clever. Das war, das war, das war nicht schlecht, ich hab dazwischen nicht gespeichert, das ist gut. Läuft schon wieder. So, dann, was machen wir als nächstes? Verzauberung würde ich sagen, oder? Ah ne, warte mal, es gibt noch ein paar kleine Sachen, die noch erzehnte, also mach ich, während ich quasi zum Verzauberungs-Typen, äh, laufe. So, was wir auch machen können, erst mal, ist dem Pumps verkaufen, weil wir wollen ja nicht das ganze Zeug mitnehmen. Nun, ich scheine in angenehmer Gesellschaft zu sein. Ruf damit, was weiß ich, 150 oder sowas, so. Na, es sieht doch gut aus. So, dann, wo ist die Verzauberungs-Typin? Also, ihr müsst nach Indorjan, glaube ich, also jedenfalls wird es, glaube ich, so ausgesprochen. Das ist, quasi, da, wo ich vorhin mal war, ihr seht leider meine Maus nicht, wenn ihr Tell auch Run hat, nördlich davon am Festland. Na, wir gehen gleich mal hin. also wieder das typische, Satret Mora, ihr kennt diesen, also wer die Letztplay gesehen hat, ihr kennt diesen Weg jetzt mittlerweile auswendig. Ich gebe die Schritte schon 10, bis wir da sind. Witzigerweise werde ich zum Verzaubern auch noch mal zu Satret Mora müssen. Autsch. jetzt muss man eigentlich nur nach vorne laufen. Ich muss mal gucken, was war denn festes Wasser eigentlich? Ah. So, also sagt Mora, einfach geradeaus. Wie gesagt, der Anhaltsmodus Tellerun, das ist jetzt quasi hier links von uns, aber ihr könnt einfach nur quasi, damit sieht man es vielleicht so minimal, so einen minimal kleinen weißen Punkt, und ihr müsst quasi eine Festung ansteuern, ne, also eine alte, eine alte Festung. Ich hau nochmal festes Wasser rein. Was müsst ihr wissen vorher? Hätte ich vielleicht vorher sagen müssen, bevor ich euch jetzt schon auf den Weg gemacht habe. Ähm, was hättet ihr wissen müssen? Wo ist er denn? Da ist er. Ähm, ihr müsst einen Spruch mitnehmen, der bedeutet, äh, nennt sich Humanoiden besänftigen. Ansonsten bringt euch die ganzen Scheiße nichts. Ihr müsst Humanoiden besänftigen können. Also einfach irgendein Spruch, das ist, glaube ich, in Satimora, könntet ihr fündig werden, äh, bei den Zauberern Tagen der Marke, die ihr da. Aber das braucht ihr. So, jetzt seid ihr hier, ne, in Dorianon. Genau, da habt ihr schon so einen typischen Zettel an der Tür, das ist irgendwie so eine Botschaft, auf die nicht hinein, bla bla bla. Hört sich doch schon mal super an, oder? So, wie war ja auch schon mal. Ich muss sie selbst mal wieder, ich muss sie selbst mal wieder, ich muss sie selbst mal wieder finden. Vielleicht solltet ihr lieber den anderen Eingang nehmen, vielleicht ist der irgendwie schneller, bei hier. hat sie mich hier einfach gelähmt? Ich hoffe, das ist sie jetzt nicht. Ach, das ist so. Also, die hättet ihr besänftieren müssen. Okay, pass auf, wir machen es folgendermaßen. Wer, ich habe jetzt danach nicht mehr gesp... ruhig brauner, immer ruhig. Okay, pass auf, wir machen es so. Ich hatte sie schon mal besänftigt, logischerweise, weil ich habe ja Verzauberern schon mal auf 100 gehabt, hier irgendwo. Wo ist der Bums? Da. Anscheinend ist das wieder weg. Gut, da werde ich mal gucken, bei wem wir humanoiden besänftigen lernen und dann können wir das einfach mal exemplarisch an ihr vorführen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ansehen. So, hat nicht lange gedauert. In Balmora, in der Magie geht der Duteralter Drenn hier. Der hat den Zauber Humadoiden besänftigen. 17 Tacken kostet er für mich nur. Das ist 30 Punkte in 10 Sekunden auf Ziel. Ihr habt dann also nur 10 Sekunden Zeit. So. Nehmen wir mit. Dann würde ich sagen, reisen wir wieder und wir sehen uns vor der Höhle beziehungsweise auf Indoyan nochmal. So. Da sind wir wieder in Indoyan und wir gehen wieder rein. So. Hier waren ein paar Feuertonache. Ehe, die aus dem Weg. Nur noch einer. Ja, was bist du denn? So, übrigens die ganzen Waffen brauchen wir nicht mehr mitnehmen. Komme ich nachher noch zu. Wir haben ja noch Geld. Das war der falsche Weg. Wie falsch. Da ist er. So. Also die mit dem blauen Gewand. So, jetzt müssen wir die erstmal besänftigen. So. Dann könnt ihr mit der reden. Und die ist doch ein Typ. Okay. Dann müsst ihr quasi sie überzeugen und diesen Wert auf 100 kriegen. Ganz wichtig. Es kann unter Umständen, steht immer so im Internet, sein, dass eure selbst, eure Charisma auch auf 100 sein muss. Weiß ich nicht. Weil meins war auf 100. Kann, wenn ihr weniger habt, müsst ihr gucken. Vielleicht irgendwie ein Trank oder sowas. Bei Karius Tipps dort glaube ich, hat er da glaube ich auch euch irgendwie am Anfang Zeug gegeben, was Charisma irgendwie erhöht oder sowas. Scheiß drauf. Hauptsache, ihr habt 100. Es kann aber auch sein, dass es einfach nur reicht. Ihr müsst sie kurz besänftigen. Dann auf 100 hoch. Wie ihr sagt, das geht nur 10 Sekunden lang. Also ihr habt dann, ihr müsst sie danach schon ansprechen. Dann auf 100. Und jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Bei mir war es eben was so damals. Ich werde mich an eurem letzten Atemzug ergötzen. Mal abwarten. Also die 10 Sekunden sind eigentlich schon längst rum. Äh, tschüss du Mädel. Ich glaube, die habe ich damals schon ausgeräumt. Ja. Also wie gesagt, wenn es dann nach 10 Sekunden nicht auf 100 ist, dann fängt die wieder an euch anzugreifen. Dann könnt ihr ja so ein Spielchen von vorne machen. Das ist ganz wichtig. So, und jetzt könnt ihr quasi ausbilden und sagen, ich würde dann Verzauberungen machen. Und das ist eure Meister-Trainerin. Ich bin jetzt schon auf 100, deswegen geht es nicht. Also Indoyan, also vorher bei Morat zum Beispiel, bei dem Dren, ähm, Humanoid-Besänftigen lernen. Habt ihr sehen, kostet nicht viel. Easy peasy Spruch. Hier hingehen, nimmt den rechten Eingang. Wenn der nicht geht, läuft halt durch die andere Tür durch sozusagen und macht den langen Weg. Ne? Dann, bis hier her kommt, die Type mit der komischen, äh, funkelnden, blauen Kutte, ähm, quasi ansprechen, beziehungsweise Humanoid-Besänftigen drauf machen, ansprechen, ihre persönliche Einstellung auf 100 machen, also müsst ihr ein bisschen Gold mitnehmen und fertig. Und schon könnt ihr mit der Reden und Verzauberungen machen. So, habt ihr Verzauberungen auf 100? Geht ihr dann zu Spielchen erst los. So, übrigens, wie ihr Zauber, äh, wegmachen könnt, weil wir brauchen den nicht mehr. Ihr klickt auf den Zauber rauf, sagt, entfernen und tschüss. Der ist jetzt nicht für immer weg. Der ist jetzt quasi wieder bei Drennen. Ihr könnt jetzt wieder bei Drennen lernen. Also da, wo ihr vorher schon gehabt habt. So, dann kommen wir zum Spaß hier im Part, sozusagen. Also, achso, eine Sache noch. Wollte ich nämlich auch mal rausfinden, habe ich schon gemacht. Wir haben ja zum Beispiel damals in der Erweiterung einen Sperr bekommen. Der gibt euch ja 30 Schild. Wir haben aber auch zum Beispiel unsere Rüstung an. Die gibt uns ja auch 50 Schild. Stack das. Also haben wir jetzt, wenn wir den Sperr anlegen, 80 Schild. Ja, haben wir. Also deswegen könnt ihr euch theoretisch, äh, richtig viel Rüstungswert machen, kann man mal so sagen, ne? Also schon sehr, sehr viel. So, wenn ihr Verzauberung auf 100 habt. Achso, kurz noch zum Sperr. Sperrmeistertrainer habe ich auch gemacht nebenbei. Der ist in der Geistervorte links der Turm. Abenddämon. Mondgrauen Abenddämon, ne? Abenddämon, links rein, unterste Ebene. Ähm, da gibt es nur zwei, aber einfach die untere Ebene nehmen. Und da ist ein Typ mit 50 Schloss. Die müsst ihr aufmachen. Ist kein Problem. Niemand irgendwie macht was dagegen oder sowas. Habt kein Kopfgeld, nichts. Und da Typ, da steht gleich 5 Meter weiter steht ein Typ mit so einer Glasrüstung drinne. Und der ist halt der Schmiedtrainer, äh, der Sperrtrainer für 100. Fertig. Ansonsten glaube ich, haben wir nichts Sinnvolles mehr hoch gemacht, was irgendwie noch von Bedeutung wäre. Nö, ich glaube nicht. Nö? Gut, gehen wir mal zum Verzaubern über. Ich zeige euch mal, wie es geht, würde ich sagen. Also, ihr braucht einen Seelenstein, wo irgendein Vieh drin ist. Am besten, wie gesagt, ein erwachender Schläfer oder erwachender Schläfer, glaube ich heißt der. Oder einfach eine Deutende Heilige. Dann braucht ihr ein Gefäß, wo ihr was reinmachen könnt. Wir nehmen jetzt einfach mal zum Beispiel ein Amulett. Haben wir auch so viel gemacht. Wir nehmen aber auch zum Beispiel noch ein Rüstungsteil mit. Wie zum Beispiel ein Detra-Bein-Schien. Achso, wir können noch ein Rüstungsteil mitnehmen. Nur mal etwas Schlechtes. Da. Bein-Schien. So. Also, ihr habt, ihr braucht Geld. Übrigens nicht so viel. Leider hat das. Ich will es noch mal zeigen. Ja, im Moment ein bisschen mehr als 600.000 und hier liegt die andere Million. Also, von daher, ich dachte, die wären total teuer. Kannst du mal direkt stecken, die ist überhaupt nicht teuer. Leider nicht. das war, das habe ich nur im Internet gelesen, das war auf jeden Fall ein Fehler. Ihr könnt, wenn ihr nicht so diebmäßig unterwegs gewesen seid wie ich, in Balmora, einfach hier hoch zur Magelgilde und zu der Typin hier, Galbedir, in dem gelben Mantel gehen. Da könnt ihr auch, bei ihr könnt ihr auch verzaubern. Allerdings, wenn ihr euch, so wie ich, alles geklaut habt und da waren auch Seensteine dabei, dann findet ihr das nicht so cool und wenn ihr dann was bei ihr baut, dann ruft ihr nach die Wachen und das ist irgendwie nicht so cool. Also, macht es nicht. Deht da hin, wo ihr nichts geklaut habt. Irgendwas nicht direkt von ihr. Äh, deswegen, ihr tänzt, satte Mora, beste Stadt überhaupt. Da ist sie, da Bien. so, die speichern wir mal ab, bevor wir nämlich in den Blödsinn hier bauen. Wie funktioniert das Verzaubern? Also erstmal ist wichtig, welches Verzauberungslevel ihr habt. Deswegen, geht erst zur oder wie die hieß und macht die ganzen Blödsinn und haut Verzauberung auf 100 hoch. Dann braucht ihr zwei Sachen erstmal. Erstens, Gegenstand. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, ihr wollt ein Amulett, ihr wollt ein Amulett verzaubern. Amulett drin. Dann, braucht ihr die Seele. Da haben wir ja unseren tollen, großen Seelenstein. So, rein damit. Jetzt seht ihr schon, also wir haben 400 Ladungen. Hätten wir jetzt einen Seelenstein, der eine schlechtere Kreatur hat, hätten wir weniger Ladungen. Bei der Verzauberungsstärke, das hängt es quasi vom Gegenstand ab. Also ein schlecht, das ist ja das beste, ja, Amulett, was nicht verzaubert ist, was ihr finden könnt. Ja, also auch zu Mass. finden könnt. Deswegen haben wir 120 Verzauberungskosten. Hättet ihr jetzt ein stet normales Amulett, das hat vielleicht nur 60 oder sowas. Also versucht, die wertvollen Amulette zu sammeln, die wertvollen Ringe, die, wie heißen die Dinger? Ah, wartet. Ach scheiße, ich hab ja keine mehr. Also sozusagen, die besseren Umhänge, ich weiß nicht, nicht teuer, sondern auch nicht wertvoll, hießen die glaube ich auch nicht. Ach, frag mich nicht. Also die Dinger sozusagen, die halt ein bisschen wertvoller sind. Immer die wertvollsten Sachen von irgendwas sammeln. So, also wir haben ein Amulett, wir haben eine Seele und jetzt ist es darum, was wollt ihr damit machen? Hier oben könnt ihr übrigens eintragen, was ihr wollt. Test 1 und dann müsst ihr überlegen, was wollt ihr eigentlich damit machen? nehmen wir mal an, ihr wollt euch was bauen, was euch Lebensintergie wiederherstellt. So, dann braucht ihr ein Zauber, der Lebensintergie wiederherstellt, weil ansonsten weiß jetzt das Spiel nicht, was wollt, was, ne, also wir können ja nicht aus dem ganzen Pool, den es gibt, quasi zugreifen, sondern ihr müsst wieder quasi schon etwas ähnliches haben. Ne, das heißt, wie nehmt irgendein Zauber, das ist scheißegal, ob der auf Berührung ist, auf sich selbst, auf Ziel, ist egal. Ne, hopps, er macht, und auch nicht wie viel der macht, ob es 3 bis 12 Punkte, ob es nur ein Lebenspunkt ist, das ist vollkommen scheißegal, hopps, er macht das, er, er regeneriert irgendwie Lebenspunkte. Ne, dann nehmen wir den, also nur mal so als Beispiel, der war jetzt, Balsam, wie heißt das Ding eigentlich, Baljas beruhigender Balsam, der macht jetzt 3 bis 12 Lebenspunkte auf eine Sekunde auf sich selbst, also auf uns. Okay, das heißt, wenn wir jetzt hier wieder das Amulett reinkleinen, hier die Seele reinkleinen und sagen, wie wir ein Lebensunterricht wiederherstellen, weil das unser einziger Spruch ist, da könnt ihr jetzt hier auswählen, es soll da auf Ziel sein, soll da auf sich selbst sein, soll da auf Berührung sein, dann könnt ihr den Bereich einstellen, was bei dem so ein bisschen domisch ist, weil ihr wollt euch selbst heilen, also ich gehe jetzt mal auf, ihr wollt euch selbst heilen, da gibt es natürlich keinen Bereich mehr, ihr könnt natürlich auch sagen, auf Berührung und dann haut ihr noch einen Bereich rein, der sonst wo hingeht, ne, keine Ahnung wozu, aber okay, ähm, einfach so ein Gruppenheilen, so ein Ding, so, ihr wollt euch selbst heilen, jetzt ist die Frage, wie lange und welche Wirkung soll es haben, und da kommt jetzt der Gegenstand von euch, im Spiel, umso besser der Gegenstand ist, umso geiler könnt ihr quasi Verzauberung machen, plus halt wie gesagt, euer Verzauberungslevel, das heißt, wenn wir jetzt machen wollen, wir wollen jetzt zum Beispiel 50 Lebenspunkte heilen, dann seht ihr, für eine Sekunde, haben wir noch Platz, wir dürfen quasi nicht über der rechten Zahl drüber sein, ne, wir könnten aber auch sagen, der soll 50 bis 100 gehen, ne, das ist immer diese Biss-Sachen, da seht ihr, das nimmt nur zu 50% zu, ne, anstatt jetzt zum Beispiel 100, 100 ist 25 Punkte, aber zum Beispiel 1 bis 100 ist die Hälfte, ungefähr, ne, das Spiel kann ja nur auf und abrunden, logischerweise, macht das hier eine Tommerzahl, das heißt, wir könnten jetzt mal sagen, wir wollen 100 Lebenspunkte heilen, für eine Sekunde, auf uns, okay, dann werden wir noch was machen, das heißt, wir können die Dauer jetzt erhöhen, und jetzt bei der Dauer, ist halt immer doppelt so viel, ne, so, den könnte ich jetzt zum Beispiel nicht bauen, ne, weil wir zu viel hätten, okay, dann machen wir noch mal was Spaßiges, dann sagen wir noch mal, äh, so, so machen, wir wollen zum Beispiel 10 Lebenspunkte heilen, wie, äh, wie lange können wir das machen, so, wir können jetzt 48 Sekunden lang 10 Lebenspunkte heilen, auf uns selbst, sind wir immer noch zu kurz, wir wollen, das ist auch nicht, äh, dieses Micro-Managing, sag mal 96 Sekunden, fünf Lebenspunkte, machen wir einfach mal, ne, auch Spaß, so, das heißt, wir würden jetzt, wenn wir ihn jetzt kaufen würden, ihr seht auch unten im Preis, ungefähr 10.000 wäre es wert, wir machen es einfach mal, das heißt jetzt, wir, dummerweise hat er jetzt den Text wieder rausgenommen, das heißt jetzt immer noch wertvolles Amulett, jetzt frag mich mal, wo das ist, was, wertvolles Amulett, Lebenspunkte wiederherstellen, fünf Punkte für 96 Sekunden auf sich selbst, so, dann, weht ihr das Ganze nochmal wieder an, hauen wir einfach mal rein, und jetzt müsste irgendwo, hier steht's, eine Minute und 35 Sekunden noch, heilen wir jetzt 5 Sekunden auf uns selbst, so einfach die verzaubern, so, jetzt, warum, erwachener Schläfer und goldene Heilige, wir laden mal ins Tor, weil ich habe nur ein Amulett, äh, wir machen jetzt also wieder das Amulett, wir machen wieder den Seelenstein rein, und weil ihr eine goldene Heilige gewählt habt, oder ein erwachener Schläfer, also in dieser Seelen drin ist, könnt ihr hier unten sagen, dauerhafte Wirkung, ansonsten könnt ihr da unten draufklicken, wie ihr wollt, es passiert nichts, dauerhafte Wirkung, Lebenspunkte, auf sich selbst logischerweise, so, da seht ihr schon, da fangen wir schon ordentlich an, ne, und wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, 4 bis 5 Punkte, was ich theoretisch, was theoretisch noch cleverer wäre, machen einfach mal 1 bis, ja gut, 1 bis 8, mach mal 1 bis 8, also, wir haben jetzt dauerhaft, Lebenspunkte herstellen, 1 bis 8, dauerhafte Wirkung, wir nennen das mal, äh, Test, so, haben wir jetzt erstellt, Test, so, jetzt legen wir es mal an, Test, da müsst ihr mal lesen, weil Test nicht bei Nuss Hose, sondern Test, 6 Punkte, jetzt könnt ihr aber sagen, okay, wir können es ja wieder ablegen, wir können es wieder anlegen, 4 Punkte, ah, wir haben uns verschlechtert, ne, können wir also wieder zurück machen, 2 Punkte, ach man, was soll denn das, 8 Punkte, bumm, Jackpot, beste was reingerollt werden kann, so, und wenn ihr jetzt nicht wieder abnehmt, dann habt ihr jetzt die ganze Zeit, eine Lebenspunkte Regeneration, von 8, äh, 8 Leben quasi pro Sekunde, ja, moin, läuft, das ist mal nicht OP, oder was, also, so funktioniert das mit der Dauerhaftmütung, jetzt habe ich aber noch was vorbereitet für euch, weil ich ja dachte, ich hatte ja in meinem kleinen Kopf gedacht, Alter, wenn Amulette schon was können, halt mal die Fresse kurz, wenn Amulette schon was können, was können denn dann bitte die Rüstungen, ja, also, weil ich dachte ja, Alter, wir haben so eine Rüstung gefunden, die hat dauerhafte Effekte, en masse, ja, wir nehmen einfach mal, als Gegenstand, unsere liebe, detrischen Beinschienen, oder mal, machen wir jetzt erstmal anders, wir nehmen mal die Stahlbeinschienen, und was fällt denn euch auf, Verzauberungswert 2, also machen wir zum Beispiel dasselbe hier, mit, dauerhafte Wirkung, seht ihr selbst, funktioniert nicht, nicht mal eine, nicht mal einen Lebenspunkt auf euch selbst, okay, machen wir Lebenspunkte, heilen, auf uns, dann können wir, in einer Sekunde, 11 Lebenspunkte heilen, das war's, und wenn ihr sagt, okay, das sind halt nur scheiß Stahlbeinschienen, nehmen wir die detrischen, 7 Punkte, reicht übrigens, für dauerhaft, und wird nun, immer noch nicht aus, das reicht übrigens auch nicht aus, wenn ihr sagt, okay, magieresistenz zum Beispiel rein, nicht mal 1% magieresistenz, schafft das Ding, dauerhaft, dauerhaft, 1 Feder, das war's, also wir würden quasi das Gewicht von, 54 Kilo auf 53 drücken, weißt du, was ich meine, also die Rüstungen, die könnt ihr im Grunde genommen fast gar nicht verzaubern, die Rüstungsdienstände, was allerdings geht, sind Waffen, haben wir jetzt natürlich wieder nicht mitgebracht, toll, dann zeige ich euch natürlich dann einfach mal, äh, die, die ich hier quasi euch dann, äh, die schon gebaut habe, halt eure Gedanken mit mir, ich finde eure Gesellschaft, halt die Fresse, so, äh, so, also, ich hoffe, ihr habt's verstanden, wie es funktioniert, von der Theorie her, aber, äh, wie gesagt, ich war ziemlich unbeeindruckt davon, dass, dass die ganzen Rüstungsdiensteile so kacke sind, weil, da habe ich halt gedacht, da kann man sich halt richtig OP-Shit zusammenbauen, aber, dem, äh, dem ist leider nicht so, ja, so, jetzt ganz kurz nur noch, ich meine, wir haben schon eine lange Folge, aber ganz kurz, ich dachte, es wäre viel kurz, äh, da habe ich mich wieder angefasst, ähm, was habe ich gemacht, und zwar, easy peasy, also, deswegen seht ihr zum Beispiel auch bei mir die täglichen Beinschienen noch, die nicht verzaubert sind, weil ich nichts gefunden habe, was sinnvoll ist, was ich da reinbaue, ebenso wenig die Armschienen, rechts und links, oh, nee, links stimmt, äh, das stimmt nicht ganz, ähm, da kommen wir gleich zu, dann die Schulterplatten, genau, Schulterplatten, auch nicht verzaubert, bei Schulterplatten ist es so, ich will da auf die Detrischen warten, ähm, es gibt in Morrowind einen Typen, der hat eine Detail-Rüstung, das ist Divat, Divat Für oder sowas, den kennen wir theoretisch schon, da hatten wir mal in seinem komischen Wirrbauer, äh, so einen Typenblatt machen müssen, oder das alles andere mitgehen, alle anderen haben es aber bekommen, wir haben es tausendmal probiert, auch mit Verspotten, dass der uns angreift, dann haben wir ihm was geklaut, hat er uns angegriffen, trotzdem mal alle mitgemacht, obwohl wir die Tür zu hatten, wenn ihr euch an die Folgen noch erinnern kann, und da hinten stand ein Magier, mit zwei Leibwächtern daneben, das ist Divat, er gehört aber zur Hauptstory, das heißt, den jetzt umzuhauen, nur für die Detrischen Armschinen, ihre Schulterplatten meine ich, der hat eine volle, ich glaube, der hat fast eine volle Detraussung, ne, ähm, ungünstig, Es gibt, bei den Schulterplatten links und rechts, jeweils in den Erweiterungen einer, also in Solzheim, auf dieser Insel, ganz oben im Norden, machen wir mal hier Weltkarte, auf der Insel da oben, da gibt's, frag mich jetzt nicht, link oder die rechte Seite davon, und, äh, quasi in dieser, äh, Morowinsch, äh, Tribunelstadt, da wo wir die Doblins erschlagen haben, da wo die Dunkler Bruderschaft war, da gibt's die andere, deswegen werden wir noch relativ lange mit diesen dummen, blöden Ebenerzschienen rumlaufen müssen, oder nach der Hauptstory, den Diva platt machen, was ich dann eher dafür bin, also, von der Sache her, gut, bei den, ähm, Armschienen, beziehungsweise, streitstrich, Handschuhen, je nachdem, was ihr für eine Rüstung habt, da kriegen wir bei der Hauptstory gleich welche, und, ähm, nee, nicht gleich, also wir kriegen erstmal welche, das stimmt schon, wo ich aber theoretisch, die man auch am Anfang einzieht, die sind gut, die man trägt, ganz, die sind wirklich hervorragend, aber man trägt dann, theoretisch in der Hauptstory, nochmal einen, rechten Handschuh, und der ist unglaublich OP, den braucht ihr auch für die Hauptstory, und ich glaube nicht, dass er kaputt geht danach, das heißt, deswegen habe ich jetzt nur den linken, oder linke Armschiene sozusagen, habe ich dazu verzaubert, weil ich den rechten Handschuh ja dann, sozusagen, beibehalten will, und dann das Ding hier ablege, aber es gibt, also, und den linken, glaube ich, werde ich nicht benutzen, der dann da kommt, ist ein bisschen kryptisch, ich will aber nicht spoilern, so, von der Sache her, was habe ich alles verzaubert, natürlich die ganzen Mente, ich habe sogar einen blöden Rock noch unter der Zone, unter unser Gewand, ne, übrigens, wo wir jetzt schon mal dabei sind, wie hießen die Dinger, weil das interessiert mich jetzt nochmal, wertvoll, wertvoll hießen die Scheiße, bei Amuletten heißt das auch wertvoll, also ist alles wertvoll, also wertvoll müsst ihr haben, einfach, okay, so, also, worum ging's, äh, was haben wir gebaut, ich habe euch mal was vorbereitet, und zwar habe ich mal in den Sack alles reingemacht, was wir weggemacht haben, außer die Tränke, ich habe ihn auch komplett geleert, wir sammeln jetzt auch keine Schrottwaffen mehr ein, und so weiter, der Sack ist jetzt wirklich nur für sinnvolle Sachen da, einmal wollte ich ja unbedingt, dass wir diese Scheiß Klinge loswerden, mit der Levitation, einfach, weil die nicht so viele Ladungen hat, hier steht hier 2125, ihr wisst aber, eine Ladung kann auch mal 300 sein, oder sowas, also wir hatten nicht so viele, deswegen habe ich ein Amulett gemacht, mit Levitation, wo haben wir's, da haben wir's, ich habe auch nur 25 Punkte gemacht, das ist also quasi wie, wie hoch ihr in der Sekunde quasi steigen könnt, quasi, oder, also, nicht in der Sekunde, aber ja, wie hoch ihr, ähm, quasi, vertikal gehen könnt, und da reichen 25 Punkte, da brot ich in der 50, dafür habe ich aber, 400 Ladungen, ich glaube, ein Ding macht 11 Ladungen weg, also ich kann es 40 mal, ungefähr, 40 mal hintereinander benutzen, ohne, dass es quasi, äh, und dann müsste ich es einmal aufladen, richtig, 40 mal 30 Sekunden, also ich weiß ja nicht, was wir mit der Levitation machen wollen, aber das ist eine ganze Menge, ne, das ist also die Sache, ich habe es immer so ein bisschen noch selber, warum was denn, noch selber, ähm, beschriftet, sozusagen, ich weiß, dass ich es nicht gefunden habe, sondern dass ich es selbst gebaut habe, dann haben wir öffnen, dann haben wir öffnen, ja, Fun Fact, würde, total egal das Ding, und dann aber, wenn ihr quasi dann die, äh, die Ringfähigkeiten durchschaut, wie festes Wasser, Levitation, noch irgendwas, äh, Schlösser öffnen, ne, dass dann quasi der Maras Ring abgelegt wird, und dafür halt, äh, dann habt ihr zwei Ringe an der einen kann öffnen, und der anderen kann Levitation machen, aber ihr sagt sich so, ich wollte eigentlich nur eins von beiden, weißt du, deswegen habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, wir machen alles auf Amulette, und Ringe sind dann die permanenten Sachen, okay, ähm, was haben wir, öffnen, und ohne Witz, das Ding hat auch elf Punkte, bei der, ähm, bei, als, als Verbrauchsladung, also ich kann es auch 40 mal benutzen, aber ihr könnt Schlösser 100 öffnen, ja, also ihr braucht keinen einzigen Zauber mehr, und so habe ich alles gelöscht, das Ding reicht vollkommen aus, gut, nächstes Mal mal ein bisschen schneller, festes Wasser, auch gebaut, allerdings war das, ähm, ja, es war zu wenig quasi, weil ich wollte jetzt nicht mehr als 60, ähm, 60 festes Wasser machen, und da hatte ich halt quasi noch, ähm, was frei in dem, im Amulett, und deswegen habe ich gesagt, komm, äh, während wir festes Wasser haben, kann ich uns noch 6 Lebenspunkte pro Sekunde heilen, in den 60 Sekunden, ob wir es brauchen oder nicht, ja, aber das ist quasi auch, das können wir quasi auch benutzen, wenn wir in der Hülle sind, und quasi einen langen Fight vor uns haben, dann können wir das kurz reinknallen, und haben dann quasi eine permanente Lebenspunkterhöhung, für 60 Sekunden, dann, Gegengift, äh, wollte ich nicht immer diese blöde Fürstenrüstung nehmen, und auch schon keine Tränke und so weiter, deswegen habe ich das, äh, gemacht, und zwar auch hier wieder eine Kombination, Gift neutralisieren, gewöhnliche Krankheit, diesen, dieses Amulett könnte man nochmal anders bauen, weil wir bald keine gewöhnliche Krankheit mehr heilen müssen, auf uns selbst, weil wir bald immun werden, oh, Spoiler-Alarm, ähm, von daher können wir das noch, ich sag mal minimal verbessern, aber ihr seht schon, das ist unser primäres Lebenspunkte-Heilungs-Amulett, das macht uns 4 Sekunden lang 50 Leben wieder, also auf Deutsch, wenn ich das einmal, das hat auch wieder eine Ladung von 11, also ich kann es euch auch nochmal zeigen, steht ja immer hier, also heilen habe ich es genannt, 11 Punkte von 400, also wir können es 40 Mal benutzen, ja, also von daher, äh, können wir uns um 20 Lebens, äh, 200 Lebenspunkte heilen, und das 40 Mal, ne, also das, das ist schon, das reicht schon vollkommen aus, was haben wir noch, das ist dann mit dem, mit dem Gürtel gleich gekommen, genau, mit diesem Lebenspunkte-Ring, ähm, genau, das war das, und den Ring des Mentors habe ich abgemacht, weil ich den nicht mehr brauche, ich meine, das war schön, aber, haut jetzt mich auch nicht um, mit den Intelligenz- und Willenskraft, 10 Punkte mehr, uh, ja, und das sind einfach nur die komischen Tränke, die wir mitgebracht haben, die total krank sind, ähm, keine Ahnung, habe ich einfach mitgenommen, wenn wir mal bei Endboss sind, hauen wir uns den Trank des Helden rein, und, äh, sind jetzt nochmal ein bisschen krasser, für, ja, sind einfach nochmal krasser, guck mal, was habe ich noch gebaut, hübsches, natürlich, die du in der Heilige, ne, können wir jetzt auch, sonst wie oft beschwören, und, äh, habe ich natürlich auch gemacht, und konnte damit da die Seelensteine füllen, für die anderen Amulette, das war halt das erste Amulette, was ich gebaut habe, ja, deswegen habe ich auch immer, ähm, den Seelentrinker dabei gehabt, im Notfall, dass wir sozusagen uns, den können wir aber jetzt mal weg machen, weil, wir brauchen uns ja nicht mehr, da können wir uns wieder ein bisschen, äh, Platz hier sparen, und ich liebe aufgeräumte Inventare, weg damit, die Klinge habe ich übrigens noch dabei, äh, die Lehmungsklinge, ich hatte überlegt, ob ich mir eine neue baue, aber, die soll halt nur Lehm machen, ja, und dafür ist er halt eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen, reicht ja vollkommen aus, ne, man könnte ja noch was Neues bauen, aber, das Ding ist halt auch, das hat drei Gewicht, Dätrischen Dolch, ja, hat halt mehr, also mehr Gewicht sozusagen, macht ein bisschen mehr Schaden, aber du willst ja eigentlich nur einmal lehmen, und 20 Sekunden ist schon gut, und dann willst du ja mit der Hauptwaffe draufschlagen, du willst ja nicht tausendmal mit der Lehmungswaffe draufschlagen, wisst du da, was ich meine, äh, und die hat genug, ähm, Verladungen, von daher, solltest mal, ja, ihr habt ja auch gesehen, so oft kämpfen wir damit ja nicht, weil wir sowieso schon OP sind, ähm, genau, welches Wasser haben wir, Goldene Heiliger, ich gucke mal kurz nochmal rum, eins haben wir auf jeden Fall, ja, das zeige ich euch gleich, unsichtbar habe ich mir noch eins gebaut, für zwei Minuten, einfach nur so, wir brauchen es noch irgendwann in der Hauptquest, wir müssen nochmal unsichtbar werden in der Hauptquest, und vielleicht, wenn wir draußen mal rumlaufen, dass man sich die Klippenläufer ja in der Zeit ärgern, ne, äh, ja, das war's, so, Feueramulett habe ich mir mal eins gebaut, äh, 100 Schaden ist dummerweise das höchste, was ihr machen könnt, 100 Schaden reingeknallt, für drei Sekunden, das heißt 300 Schaden, in 40 Fuß auf Ziel, was das bedeutet ist, es hat auch eine Reichweite von 40 Fuß, also auf Ziel ist klar, aber 40 Fuß Reichweite, ich zeige euch dazu mal zwei Beispiele, er hat noch hier unseren hübschen Klippenläufer, ne, lebt er noch, ja, mal stehen, fliegt ein bisschen langsam, ja, super, aber das ist die Reichweite von dem Ding, ihr seht, ihr seht, die Kadoo ist da, also ihr müsst, ich hab das Verein deswegen gemacht, äh, weil ihr nicht genau den Diener treffen müsst, ne, mit dem 40, also das Diener ging es eher darum, ich kann auch daneben schießen, und er ist trotzdem tot, so, jetzt war es ziemlich spaßig im Part, damit ihr mal seht, wie stark das ist, wie stark 100 Schaden sind, weil hier so ein paar Klippenläufer, und Kadoogis und so weiter, das haut euch jetzt nicht um, gehen wir wieder zu meiner Lieblingsstelle, ihr wisst wohin, ja, das ist das Amulett, einfach nur pervers, und es ging nicht besser, das war die Scheiße, also, ihr hättet jetzt theoretisch, könntet ihr, ähm, hab ich mir auch überlegt, nachdem ich es gebaut hatte, aber war mir dann irgendwann egal, weil es einfach so schon stark genug ist, ihr könntet, quasi von der Idee her, ähm, wo ist es, weniger, zum Beispiel nur 100 Schaden, alle zwei Sekunden machen, und dafür nur 10 Fuß, also da müsstet ihr schon wenigstens ein bisschen zielen, ne, dafür könntet ihr aber auch noch, als zweiten Zauber reinmachen, Anfälligkeit für Feuer, also dass der Diener anfällig, äh, noch für Feuer ist, das heißt, wenn jemand Resistenz vor Feuer hat, dann könntet ihr damit, die Resistenz von ihm nochmal senken, das heißt, ihr würdet vielleicht sogar Schaden machen, denen sowas wie ein Klammer-Tonal, übrigens, sehr lustig, gehen euch selber, die das nicht, ähm, ich hab nur 90% Feuerresistenz, keine 100, gerade an, irgendwas auch, äh, was auch noch cool ist, also, ihr seht, wir haben, wir haben keinen Schaden genommen, ja, und es geht durch Wände durch, Hups, meine liebe Mitbewohnerin, okay, dann will ich, damit es nicht zu lange wird noch, es ist schon zu lange, ähm, ganz kurz nochmal zu den Sachen eingeben, ich hab halt alles, was ich anhatte so, also Ring, und dann halt die ganzen anderen Klamotten und so weiter, hab ich auf permanente Stats gemacht, den Ring, den ich gebaut hab, war Magieresistenz, äh, ansonsten bin ich mit Magieresistenz und Feuerresistenz gegangen, Inos Hose, hat einen besonderen Grund, Philipp, seid gegrüßt, ähm, die hab ich, da hab ich sozusagen Lebensenergie mit reingeballert, das heißt, ich hab jetzt dauerhaft zwei, äh, zwei Lebensenergie, äh, Regeneration, die ganze Zeit, nochmal Feuerresistenz, Magieresistenz, Magieresistenz, äh, die Stiefel kennt ihr, den Rest kennt ihr, und wie gesagt, bei den Armschienen nochmal 3% äh, Feuerresistenz, ne, das Ding soweit, äh, die anderen Sachen anhatte ich nicht verzaubern, beim Schwert, ich hab euch ja gesagt sozusagen, die, ähm, dieses komische Totschwert, was wir hatten, das ist schon ziemlich stark gewesen, mit 20 bis 40 Blitzschaden pro Sekunde, und 13 bis 30 Schaden, ja, nehmt euch einfach ein Wakazashi, verzaubert ist, dann könnt ihr dort 54 Feuerschaden pro Sekunde reinknallen, Philipp hat sich da, ähm, Philipp kennt ihr vielleicht aus den Tote, feinen Tote War, hab ich mit ihm zusammen aufgenommen, ähm, sehr, also hat, der hat mich damals eigentlich zum Mowin gebracht, glaub ich, ähm, ja, und der hat quasi sich damals ein Schwert gebaut, der, was glaub ich, per Schlag 50 Lebenspunkte wieder zurückgemacht hat, mit über 100 Lagen, quasi, das war dann auch relativ OP, könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen, aber das Ding ist halt, das Ding, das geht natürlich auch relativ ab, und da seht ihr auch mal, dass der Wert, äh, auch, ich glaub, ein normales Wakazashi ist genauso viel wert, ne, gefühlt, ja, also der Wert geht nicht wirklich hoch, und auch das Schwert hat nur 10.000 gekostet, also die ganzen Verzauberungen kosten nicht viel Geld, ich dachte, ich brauch Millionen, um die ganzen Dinge zu verzaubern, könnt ihr direkt stecken, genau, warum habe ich das alles in Magieresistenz und Feuerresistenz gemacht, ganz einfach, wir sind jetzt bei, durch den, äh, Mararas Ringer, 40, äh, Waffenresistenz, ne, bei normalen Waffen, Magieresistenz sind wir jetzt genau bei 90%, Feuerresistenz sind wir auch bei 90%, äh, das ist nur Magiebonus, ähm, das ist alles hier, Bums, das ist meine Lebensbunderegnation, Reflexion haben wir auch und ein Schild, genau, warum beides 90%, naja, ich hab euch ja erzählt, ich würde ja noch einen Handschuh haben, den wir in der Hauptquest kriegen, da könnt ihr euch mal dreimal vorstellen, warum ich zwei Werte auf 90% gemacht habe, und nicht auf 100%, ne, das ist nämlich auch der Grund, warum ich, äh, zum Beispiel nicht die Drachenknochenharnisch mehr anziehe, ähm, oder die Fürstenrüstung zum Beispiel, äh, die ist sowieso kacke, aber nicht der Drachenknochenharnisch, weil es vielleicht irgendeinen Genstatt noch gibt, der nochmal Feuerresistenz geben könnte, das, äh, das war halt der ganze Grund dafür, warum ich lieber auf 75%, und 20% Magieresistenz, weil ich halt vorhabe, 100% Magieresistenz zu sein, und 100% Feuer, ja, Feuer einfach nur, weil es im Spiel möglich ist, weil Blitz schaffe ich nicht, ne, und Gift auch nicht und so weiter, weil da fehlt mir einfach die Geiluristen dazu, ne, weil ihr könnt, ihr seht ja selbst, ich kann nicht so viel verzaubern, also, es ist, ich habe jetzt hier zum Beispiel, in den Gürtel, habe ich jetzt nur 4% reingerollt, weil nicht mehr geht, also nicht, weil ich keinen Bock mehr hatte, mehr reinzurollen, weil es ging nicht mehr, ins Hemd konnte ich 6 reinrollen, in die Hose, äh, weiß ich nicht genau, wie viel da war, im Ring konnte ich 12, das war Maximum, und eine Resistenz, übrigens, da gab es mal die, Feuer, Giftes, 12 ist das Maximum, versteht ihr, deswegen wollte ich mich nur entscheiden, sozusagen, was ich hoch mache, ja, und mal die Resistenz, will ich auf jeden Fall 100% haben, weil, dann ist Schluss mit, irgendeine Klinge lähmt euch, oder irgendeine Falle, oder sowas macht irgendwas mit euch, da seid ihr immun, komplett, ne, den ganzen Bums, und da habe ich irgendwie Bock drauf, also immun zu sein, irgendwas ist schon cool, ne, nicht, dass wir so schon OP sind, genau, ähm, das ist halt die ganze Sache, wie gesagt, ich kann jetzt diese Zauber hier noch löschen, ich habe sie nur für euch noch, äh, nochmal drin gehabt, auch Feuerbiss zum Beispiel, ihr braucht zum Beispiel, wenn ihr, wo ich das Schwert gebaut habe, braucht ihr ja irgendwas, was Feuerschaden macht, ne, damit ihr halt, das da reinrollt, ne, das, das, das ist dann der Punkt dazu, ähm, und Feder brauche ich auch, ne, und wenn, dann hole ich mir den Scheiß halt nochmal, das Einzige, was ich jetzt noch, äh, lasse, ist Rilms Geschenk, damit ich auch Berührung irgendwelche Leuten noch heilen kann, wenn ich das muss, aber ihr seht schon, es ist endlich mal ein bisschen aufgeladen, ähm, ja, und, achso, öffnen übrigens, Blödsinn, öffnen, zwei von 400, also wir können 200, Schlösser öffnen, bevor wir einmal nachladen müssen, also wie gesagt, das zum Thema, festes Wasser können wir 40 mal machen, gar nicht so oft, ähm, goldene heilige 50 mal beschwören, ihr seht selbst, also wir haben, es ist genug, sozusagen, wir können die näher durchbauen, das soll der Charakter, Taktar, der Taktar, der Charakter erstmal gewesen sein, wir laufen mit knapp 260, äh, gewicht rum, und, ja, sind im Grunde genommen bereit, ich hab ein paar Tränke gelassen, quasi ein bisschen Magie wiederherstellen, ein bisschen Lebenspunkte, und ein bisschen Ausdauer in verschiedenen Formen, die ich noch hatte, ähm, und das war's im Grunde genommen, so gehen wir dann ab, nächster Folge, die Mission an, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, ähm, ich glaube aber nicht, und jetzt sollen wir, glaube ich, gerüstet sein, für die nächste Folge, und für, dann das Ende von Moro Wind, jedenfalls auf der Insel, Solzheim und Tribunal, müssen wir natürlich nochmal extra durchmachen, ich hoffe, euch hat's gefallen, bis denne!